Wir müssen aber auch gleich wirklich mal ein Bierchen trinken, oder? Das Ding versenke ich! Oh mein Gott! Apropos dunkel, ey. Ja. Ei, geiler Block, ey. Den mach ich rein! Oh. Was? Was? Wo schlägt er den hin? Ich dachte, das war ein Block. Alter, wie fresh sieht er denn aus mit der Kappe? Die Hose einfach bis zu den Achseln hochgezogen. Aber die Kappe holt alles wieder raus. Es ist halt so ein... Es sieht aus der Perspektive immer aus wie Skyball, ne? Bitte nie! Da ist er auch! Da ist er auch! Oh, was? Oh Gott! Da wird sich nichts mehr tun in fünf Sekunden. Und so ein Arschlochball von Bennett. Oh Gott! Eieieiei! Und jetzt ist es vorbei. Auf Ewigkeiten sucht, dass mir irgendjemand groß wird im Land. Ja, es ist halt abfuckt, ne? Es gibt ja so viele Beispiele. Ich glaub so einer... Oh mein Gott! Okay! Alter, was für ein Winkel und ne Kuhle obendrauf! Haben sie kurz in der Pause auch gemerkt. Oh, wir wären jetzt raus. Mhm. Der geht noch! Schlagweißer nicht. Oh! Ja! Was? Geil! Perfekter Jump Pokey! Und die ganz Grünen sind auch geil. Wie heißen die nochmal? Hier... Wie heißen der Grüne nochmal? Ich hab keine Ahnung. Oh! Oh! Was war das denn für ne Kuhle? Was wird denn da aufgeschlagen, ey? Okay, jetzt geht's auf einmal los mit dem Ausschlagsniveau. Oh! Nasenbluten! Oh Gott! Eieieiei! Eieiei! Eieiei! Der quasi kurz davor war, seine Existenz da zu verlieren und so. Der Typ, der dahinter steht, das ist ja... Äh, die ganze Backstory kenn ich alles nicht. Ja. Also da... Aber nichtsdestotrotz finde ich, haben die geguckt, wer... Jetzt müssen Punkte her. Oh! Wie? Oh! Alter! Was für ne perfekte Abwehr! Oh mein Gott! Was ist das gut? Ja, das reicht. Fünf Punkte, das logge ich ein. Das sollte reichen. Was war das denn? Schön nochmal gegähnt. Oh, für sicher. I mean, I definitely love the option and we've seen in the last years that the team-up is often, äh, yeah, let's say, äh, established by Covid, but, äh... Jetzt ist aber auch gerade so Club um sechs Uhr morgens Musik, oder? Das ist davor auch schon. Das ist sechs Uhr morgens? Das ist aber noch solide. Also, wie lang geht der Club, ist die Frage. Weil das ist ja jetzt kein Rausschmeiß-Song. Usher, yeah, Alter? Alter, was ist das? Uiuiui. Oh, was? Schwieriger, komischer Kontakt. Oder musste der rüber und hat ihn deswegen so gespielt. Ja, er musste rüber, glaub ich. Ach du mein... Was machen die... Also, ich find's unglaublich geil, den Katarisch so zugucken, aber ich find's manchmal ein bisschen frech, wie gut es wird. Ja, aber es... Brrrr! Warte. Wuuuuh! Das war eher ein Vogel, ne? Bei mir. Ich kann das gar nicht, Alter. Was? Warum kann ich das nicht? Geil, dass es da oben halt auch so lange leuchtet, wie jetzt die Serie anhält. Damit man auch weiß, ja, ja, genau deswegen. Mhm. Oh, schön. Ausnahmsweise mal ein blinder Shot. Da war Flo Brea sehr früh in der Linie. Oh! Oh, was? Was passiert denn jetzt? Wie kontrolliert Marco den noch? Okay, 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 gut. Okay, gut. Mhm. Mhm. Er geht nicht mehr weiter. Oh, shit, Alter. Jetzt rocken wahrscheinlich erstmal Scherif und Achmeta durch. Oh, ne, von wegen... Alter! Oh, oh! Ey, diese unterschätzte Athletik bei diesen kleinen Aktionen. Ja. Oh, katastrophales Anspiel. Oh, 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 was? Haben alle... Hat er gerochen? Was ist das für ein Ballwechsel? Oh! Geil, ey, man hat richtig Bock zum Zugucken. Ladies, you have one more chance tomorrow. You're not eliminated yet. That's also King of the Court. So good luck for that and enjoy the ball. Thank you. See you tomorrow. Bigger plus, de Portia, ladies. Was, gibt's einen Ball heute Abend? Oder was war das? Enjoy the ball. Das hab ich nicht verstanden. Gibt es einen Ball wie bei Harry Potter oder was? Ich hab gestern noch Feuerkelch geguckt, abends noch zum Einschlafen ein bisschen. Klar, ob Bello Bello dann wieder weiter so performen, aber... Oh, so wie sie jetzt gespielt haben. Auf gar keinen Feiertrappe. Mhm. Nächste Block-Aktion. Die Rollerinnen spielen ja echt top. Äh, ey, was? Was denn da passiert? Was? Ich weiß überhaupt nicht, was ihr Plan war. Ich kann's mir auch vorstellen, weil da ist ja echt noch Potenzial. Ja. Pedenik, herzlich willkommen hier unter den Abonnenten. Schön, dass du da bist. Vielen Dank. Mit Prime. Komplett kostenfrei. 0,0. Oh. Was war das denn? Krattiger war schon drüben. Und jetzt Block-frei. Come on, Flo. Ins Aus. Ins Aus. Oh. Und der Blick von Jonathan. Schildkröte beim Aktien. Oh, Schildkröte beim Aktien. Aber die machen immer so... Ha-ha-ha. Ha-ha-ha. Guck das mal nach. Ha-ha-ha-ha. Ha-ha-ha. Doch, 100%. Das ist genau so. So, guckt jetzt auf YouTube nach. Das ist original. Hm. Hm. Nee. Dass die Schweden auch mit der Performance jetzt wieder durchkommen, ist noch nicht ganz so berauschend. Ja, also wie geil ist dieses Format, dass du im einen Satz 22 Punkte holst und jetzt bei zwei stehst. Okay, der war wirklich mal sexy. Ich hasse das sonst, wie die Pestes alle den Enger-Pad machen wollen. Aber der war ja mal straight von oben nach unten. Der war ja richtig geil. Ich weiß nicht, dass derelbe ist, geht es? Untertitelung von Jirkaard. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.